Boah, hab ich mich jetzt erschrocken! In Daffys Hackshow gibt es heute die besten Lifehacks rund ums Grillen. Los geht's natürlich mit dem Grillfleisch. Das ist allerdings noch tiefgefroren und soll von Daffy ganz einfach mit zwei Töpfen und ein bisschen Wasser schnell aufgetaucht werden. Ich zeige euch jetzt einfach einen Trick, wie es sein soll, wenn man schnell was auftauen möchte. Ich bin mal gespannt. Man nimmt zwei Edelstahltöpfe, packt das zukünftige Grillgut da drauf. Dann guckt man einfach, dass man hier eine stabile Lage hinkriegt. Und dann füllt man den oberen Topf mit Wasser auf. Und es wird tatsächlich gesagt, dass die beiden Töpfe, also das Edelstahl aus den Töpfen, das hier jetzt einfach rauszieht. Also dass der Frost da rausgeht. Ich glaube das ja nicht so richtig. Irgendwie hört sich das für mich komisch an. Aber es wäre eine geile Nummer. Ist übrigens auch scheißegal, ob man kaltes oder warmes Wasser nimmt. Und auch nur mal so gesagt. Stellen wir mal beiseite, lassen wir mal ein paar Minuten hingehen, weil ist ja letztendlich nicht das Einzige, was wir haben. Was haben wir denn noch Schönes? Einen simplen Lifehack, der mitgebrachten Weißwein ganz schnell auf coole Trinktemperatur bringt. Dazu brauchst du einfach nur tiefgefrorene Weintrauben. Eiswürfel im Wein, im Weißwein ist natürlich cool irgendwo, aber verwässert die ganze Sache natürlich. Ich will ja auch keine Weinschorle trinken. Ich gehe dann letztendlich hin, habe schön meinen Wein, nehme ein paar Weintrauben, knall die einfach wunderbar im Froster. Die sind ja von innen richtig schön wässrig. Und damit ich dann hingehe, boah, die riechen sowas von pornois, ne, mache ich mir da schön meine Eiswürfel rein, mache mir mein Weinchen auf. Ist natürlich mega geil, dass das Gerät hier jetzt einen Schraubverschluss hat. Wir haben auch tolle Lifehacks zum Thema Wein, aber nicht alles in einer Folge, ne. Aber wollen wir auch ja ein bisschen ziehen hier. So, und damit habe ich wunderbar, sieht geil aus und habe schön gekühlten Weißwein. Und das Geile ist, die Dinger sind gleich aufgetaut, dann klopp ich mir die auch noch rein und eingelegt. Ich hoffe, ich werde nicht durch die Sendung zum Spritter, ne. Prost, Deffi. Besser, du machst uns jetzt den Garten-DJ und baust aus einer Papprolle und zwei Pappbechern einen Handybooster für einen ordentlichen Sound aus deinem Smartphone. So, wir haben jetzt richtig Bock auf Mucke und dann bauen wir uns jetzt eine schöne Box, damit wir aus unserem normalen iPhone auch so ein bisschen mehr Resonanz rausholen. Wir legen das so da drauf, zeichnen uns das an. Wir schneiden uns das dann einfach wunderbar aus. Da bin ich jetzt ein bisschen riemig drauf, ne. Also da freue ich mich jetzt echt drauf, weil wenn das was wird, wäre das eine echt verdammt coole Nummer, finde ich. Ja, wenn das jetzt mit dem Ausschneiden natürlich besser gehen würde, wäre das auch einfacher für mich, ne. Meine Fresse, leck mir. Dann bleib doch so da drin. Ist mir doch Latte. Wird schon nicht stören, oder? Nö, ne. So, siehst du. Jetzt kann ich mein iPhone da reinstellen. Kacke kippt natürlich jetzt wunderbar um. Dafür habe ich die Kameraden hier, weil ich mir jetzt hier einen feinen Fuß baue. Und zwar stecke ich die so hinten rein. Ja, meine Lieben, jetzt haben wir hier die kleine Version gebastelt, ne. Steht, wackelt und hat Luft. Jetzt gehe ich hin, hau mal von Depeche Mode, eine meiner Lieblingsbands, People are People rein. Schön ein bisschen basslastig, ne. Synthi Pop. Ah, man hört schon, ne. Schön dumpf, macht Spaß. Habe ich Bock drauf. So, und jetzt können wir die Tröten natürlich noch vergrößern, indem wir jetzt den Boden hier rausschneiden, aber nur so groß, wie die Rolle auch ist. Soll ja jetzt auch nur mal ein Versuch sein für die Leute, ne. Ja, Bombe. Hauen wir uns ein bisschen Depeche Mode rein. Diesen hier. Man kann es natürlich schöner bauen, Leute. Also, da sind wir uns einig. So, hört ihr. Schon geil, ne. Ja, oder? Geil. Geil klingt auch, dass man mit einer stinknormalen Gemüsezwiebel den verkrusteten Grillrost aus dem letzten Jahr wieder sauber kriegen soll. Ob das klappt? Ja, dann schauen wir einfach mal. Ich bin ja jetzt echt neugierig. Ich mag die großen Metzgerzwiebeln hier ja eigentlich nicht so, aber ich werde die kaufen, wenn das funktioniert. Funktioniert super. Okay, die Zwiebel sieht scheiße aus und sauber wird gar nichts. Also, da kann ich mit einer Bürste und ein bisschen Wasser erreiche ich da bedeutend mehr. Nee. Dem Scheiß geb ich fünf Prozent. Vielleicht reißt es ja der nächste Lifehack raus, bei dem man einen Eierkarton als Grillanzünderzweck entfremden kann. Wir haben jetzt noch mal ne ganz schnelle Nummer, wenn man jetzt noch mal so richtig rucki zucki, zwei Steaksig zwischen Töpfen auftaut und seine Bassbox am Laufen ist und der Wein ordentlich gekühlt mit den Weintrauben. Ja, dann gehen wir einfach hin und machen jetzt hier eine ganz schnelle Nummer, wie man mal eben kurz ohne Spiritus und jedes Gedöne, wenn man nix hat, seine Holzkohle anmachen kann. Wir füllen die schön auf, den stinknormalen Eierkarton, guck mal wie viel ich da so reinkriege. Na okay, viel ist es nicht. Dann mache ich den Kameraden einfach an. Jetzt kommt's. Jetzt kriegen wir es langsam. Aber irgendwie brennt nur der obere Deckel und lustig ist, dass der gleich weggebrannt ist und unten passiert gar nichts, Leute. Das ist schon so ein bisschen tibetanische Mönspisse hier gerade. Also, jetzt muss ich hier so ein bisschen gucken, dass ich da so ein bisschen mit Spiritus nachfeuere. Also, irgendwie Feuer und ich sind aber nicht so. Boah, hab ich mich jetzt erschrocken! So, machen wir direkt die Spaghetti al dente. Na ja, okay, also, das ist jetzt ehrlich gesagt nicht so... Hm, ne, ist wirklich nicht so der Bringer. Aber werfen wir doch mal einen Blick aufs Grillfleisch. Wir sind neugierig, ob's geklappt hat. Ja, Rost nicht sauber. Kohle brennt nicht. Mal gucken, was die Steaks sagen. Vielleicht kann ich die ja wenigstens auch in die Pfanne kloppen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das überzeugt mich dann doch schon leicht. hier, ne? Man sieht, also wenn du der Geschichte hier noch 10-15 Minuten gibst, dann sind wir ungefähr, ich denke, bei 40-45 Minuten und du hast sie aufgetaut. Das ist schnell! Sieht so aus wie Feierabend jetzt für mich heute, ne? Ich warte hier noch ein Viertelstündchen, hau mir die Steaks lecker in die Pfanne, weil das sieht schon wieder Ebbe aus und ja, wünsche euch einen fluffigen Nachmittag, wie immer. Auf zum nächsten Unsinn! Was passt besser zu Daffy als ein paar richtige Handwerker-Hacks? Die sollt ihr bekommen in der nächsten Folge von Daffys Hackshow.